einen wunderschönen tag für dich oder einen guten abend jenna dem wo du bist mein name ist waldemtschenz ich bin russischer wahrsager aber ich bin auch schamane und arbeite sehr viel mit verschiedenen werkzeugen vor allem mit karten und ich habe auch einige karten in petto die idee vorstellen möchte die kannst du auch erwerben als digitalprodukt zum selber drucken zum beispiel le normaux kartendeck in gold le normaux hat immer 36 karten und erstmal mal hintergrund sieht so aus ziemlich neutral aber die karten selber in gold sind so aus die kannst du drucken lassen oder selbst ausdrucken ich werde noch einige karten noch natürlich hier auch dazu einblenden später damit du sehen kannst wie die so aussehen aber ein paar habe ausgedruckt einfach dass du siehst wie sie so aussehen das hier zum beispiel oder das ist hier den baum ganz ganz schön für die gesundheit für die kraft und das haus von dir habe so dargestellt und hast natürlich noch mehrere sachen wieder schief oder auch ein kleeblatt und welche noch dabei sind werde ich gleich einblenden schau dir welche an vielleicht ist es dein deck und wie gesagt du kannst du so oft drucken wie du willst denn das ist ein digitalprodukt alles gute für dich und alles liebe dahin weit im chance tschau tschau motion elements 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 Motion Elements